Leute, die Shisha-Welt ist gerettet. Moin Leute, herzlich willkommen hier zu Heavy Elvis Smokes. Wir sind hier am Stand von Mixto. Hi, ich bin Felix von Mixto. Und ihr habt jetzt hier einen sehr geilen neuen Tabak. Komplett neu auf dem Markt, ne? Wir waren schon mal auf dem Markt, haben jetzt viel verbessert. Und alle waren begeistert hier. Das kam wirklich super, super, super an. Deswegen sind wir sehr froh, dass das alles so gut geklappt hat. Und wir haben eine Lösung gegen 25 Gramm. Und deswegen ist er heute hier. Unser Tabak muss nicht in 25 Gramm verpackt werden. Aroma, Süße, alles ist schon im Tabak. Ihr gebt nur noch mit einer Molasse die Feuchtigkeit, dass ihr ihn rauchen könnt. Und nach 10 Minuten einziehen, könnt ihr den direkt rauchen. Er konnte leider nicht mehr viel probieren, weil die Messe jetzt schon fast zu Ende ist. Aber der Doppelapfel hat ihm sehr gefallen, auch wenn er schon sehr lange an war. Ich wollte gerade sagen, also zwei oder drei Sorten. Drei Sorten habe ich jetzt bei euch noch geraucht. Die sind ja alle geil, aber gerade der Doppelapfel ist halt krank. Aber gut, jetzt waren natürlich auch nicht alle ausgestellt, als sie jetzt eben ankamen. Genau. Oder ich gehe mal davon aus, die werden wahrscheinlich alle ziemlich geil sein. Richtig. Aber Feedback von den Leuten war es wirklich absolut mega. Aber gerade natürlich die Regelung mit den 25 Gramm, dass ihr die umgehen könnt. Und weiterhin für 16,90 Euro 200 Gramm anbieten könnt. Das ist natürlich schon ziemlich geil. Genau. Alles vom Zeug unterschrieben. Für die nächsten drei Jahre ist es sicher. Also braucht ihr keine Angst haben vor 25 Gramm. Bei uns habt ihr die perfekte Lösung. Leute, die Shisha-Welt ist gerettet. Gibt es von euch noch irgendwas zu sagen? Das war alles. Perfekt. Dann machen wir heute mal ein kurzes Video. Folgt den Jungs auf jeden Fall. Mixed to Shisha auf Instagram. Genau, richtig. Da seht ihr dann, sobald es auf den Markt kommt. Wir werden im Januar die Lösung auf den Markt bringen. Ich bin mir sicher, wir werden dann auch definitiv nochmal Videos darüber machen. Sehr gerne. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst ein Like bei den guten Jungs da. Lasst gerne auch bei den Videos ein Like da, Abo da und so weiter. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.